Hallo, ich bin Heber Fährersleite, ein Amateurskifahrer. In diesem Video möchte ich dir vorstellen die Piste 1b im Skigebiet Kreisberg. Die 1b ist eine Variante im unteren Teil der Piste 1, die eine schwarze Talabfahrt ist. Das heißt, man fährt zunächst einmal ganz normal die Piste 1 bis zu der Stelle, wo man zu 1b abzweigt. Die Piste 1 habe ich dir bereits in einem anderen Video auf meinem Kanal vorgestellt. Ich finde, es ist eine recht attraktive Talabfahrt, aber natürlich setzt es voraus, dass man sich traut steilere Pisten zu fahren. Wenn das ein Problem ist, dann kann man ja immer mit der Gondel herunterfahren. Und ehrlich gesagt, am Ende des Tages fahre ich oft selber mit der Gondel herunter, weil dann ist die Piste 1 auch schon ziemlich zerfahren und macht wenig Spaß. Also ich rate dir das eher, am Vormittag zu fahren. Hier sieht man auf der rechten Seite im Bild die Bergstation des Sessellifts und dort rechts hineinfahrend ist die reguläre Piste 1 und die Piste 1b ist, wenn man auf der linken Seite bleibt. Der Hang auf der linken Seite, also wo ich jetzt da gerade fahre, ist manchmal gesperrt von den örtlichen Skiclubs, die dort Training haben. Dann sind Slalom oder Riesenslalom Läufe gesteckt. Der Vorteil ist aber, dass die Piste dann weniger befahren ist. Dann wird sie zu einem späteren Zeitpunkt aufgemacht und der Schnee ist noch relativ frisch. Wie gesagt, immer links bleiben. Rechts von diesen Bäumen kommt man zur regulären Piste 1 zurück und links ist man auf der 1b. Also Variante 1b. Ja, hier lasse ich den Ski ein wenig gehen. So und hier vorne muss man jetzt rechts abbiegen. Wenn man geradeaus fährt, kommt man zum Parkplatz runter, aber nicht zur Talstation. Das heißt rechts abbiegen nicht vergessen. Und nach dem kurzen Zwischenstück jetzt das letzte steile Stück Piste. Steil und eng, aber dafür fahren dort relativ wenige Leute. Das heißt, der Schnee hält noch recht gut bis zum Ende des Tages. Hier ist man wieder bei der Talstation der Zehnergundel angelangt. Das war die Piste 1b im Skigebiet Kreisberg. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.